Du bist auf der Suche nach der richtigen Heizung für dein Wohnmobil? Gasheizung? Elektroheizung? Dieselheizung? In diesem Film zeige ich dir die Vor- und Nachteile von jeder Heizung. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Mettes. Ich bin zum einen tätig in der Dörr-Gruppe für Pössl-Wohnmobile und kenne mich von daher sehr, sehr gut mit den Pössl-Kastenwagen aus. Und zum anderen bin ich sehr, sehr viel unterwegs. Ich selber habe drei verschiedene Wohnmobile und ich habe in jedem Wohnmobil tatsächlich unterschiedliche Heizungen drin. In meinem Summit 540, da habe ich ein Aufstelldach drauf, da habe ich eine Gasheizung drin. In meinem Campstar, das ist mein kleiner Van auf Mercedes V-Klasse Basis, da habe ich die Webasto Dieselheizung drin. Und hinter mir hier, man sieht es, da habe ich mein selber ausgebautes Feuerwehrauto. Und in dem Feuerwehrauto, da habe ich weder Gas noch Dieselheizung. Da habe ich Stromheizung drin. Ich will zunächst auf die Gasheizung eingehen, dann auf die Dieselheizung und zuletzt auf die Stromheizung. Und in dem Fazit, da werde ich auch nochmal sagen, was ich selber für mich favorisiere. Und ich glaube, am Schluss kannst du sagen, was für dich und für dein Reiseverhalten die beste Heizungslösung ist. Wir starten mit der Gasheizung. Die Gasheizung ist die Heizungsart, die in nahezu allen Kastenwagen in Serie vom Werk aus verbaut wird. Viele Modelle haben Platz für zwei 11-Kilo-Flaschen. Dann gibt es Modelle, da passt eine 11- und eine 5-Kilo-Flasche rein. Das kommt immer auf die Größe vom Kastenwagen drauf an. In den meisten 5,40 Meter Modellen haben wir 11 und 5 Kilo drin. Und das Gas, das haben wir in unseren Wohnmobilen einmal für unsere Kombiheizung und einmal zum Kochen. Kombiheizung heißt, da wird einmal das Wasser damit warm gemacht und zum anderen funktioniert die Heizung über das Gas. In unseren Pössl-Modellen haben wir immer die Gas-Kombi-4-Heizung drin. Heißt, die hat eine Leistung von 4 kW. Diese 4 kW, ich habe auch schon 6,40 Meter, Kastenwagen mal mehrere Jahre gefahren mit einer Gasheizung. Diese 4 kW, die reichen bei weitem von der Heizleistung her aus. Wenn man bedenkt, dass es heute Niedrigenergiehäuser gibt, die mit 5 kW oder 6 kW beheizt werden, komplette Häuser, dann ist natürlich so eine 4 kW-Heizung für so ein kleines Fahrzeug mehr als genug. Wenn jetzt jemand noch mehr Leistung möchte, eine 6 kW-Heizung, dann kann er die natürlich auch für seinen Kastenwagen mitkonfigurieren und bestellen. Das kommt vielleicht dann zu Trage, wenn jemand ein Aufstelldach hat und viel Wärme nach oben weg geht. Oder wenn jemand möchte, dass es noch schneller warm wird im Fahrzeug. Wie gesagt, meine Erfahrung, die 4er, die 4 kW-Heizung, die langt da dazu bei weitem. Wenn man da die Heizung einstellt, innerhalb weniger Minuten kommt schon richtig warme Luft raus und macht das Fahrzeug ganz schnell warm. Und auch das warme Wasser, 10 Liter in aller Regel, ist da ein kleiner Boiler drin. Auch das warme Wasser ist innerhalb von 20 bis 30 Minuten warm. Oft ist es so, wenn ich dann joggen gehe, wenn ich unterwegs bin und joggen gehe, bevor ich joggen gehe, mache ich die Heizung an, bin eine halbe Stunde unterwegs und komme dann zurück und dann habe ich auch schon mein heißes Wasser. Eine Gasheizung funktioniert sehr, sehr zuverlässig und sie erzeugt ganz schnell Wärme. Und so aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich unterwegs bin und aus meiner Erfahrung der Kaufberatung und ich spreche natürlich auch mit vielen Leuten, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind, ist die Gasheizung für die allermeisten Reisenden hier in Deutschland, in Mitteleuropa, die beste Lösung. Warum? Weil die meisten in der wärmeren Jahreszeit, Frühjahr, Sommer, Herbst unterwegs sind und eben, weil eine Gasheizung so gut und schnell funktioniert. Ist eine Gasheizung auch im Winter geeignet? Ja, auf jeden Fall. Wie lange hält so eine Gasflasche im Winter? Ich habe mal den Versuch bei mir gemacht im 6,40 Meter Fahrzeug. Ich habe der Summit 640 gehabt. Und da habe ich auf der Schwäbischen Alb im Winter, es hat Schnee gelegen, viele Tage gestanden. Und da wollte ich wissen, wie lange halten zwei 11 Kilo Gasflaschen, wenn ich durchheize. Und da habe ich durchgeheizt, Tag und Nacht mein Fahrzeug, habe ich die Temperatur auf 20 Grad gestellt. Der Versuch war natürlich nicht ganz realistisch, unter realistischen Bedingungen, weil, wenn ich so unterwegs im Urlaub bin, dann schalte ich meine Heizung, wenn ich rausgehe, tagsüber, natürlich runter auf 12, 13 Grad, dass mir nichts eingefriert und lasse es nicht auf 20 Grad hoch. Aber ich habe es auf 20 Grad hochgelassen, weil ich wollte ja wissen, wie lange meine zwei 11 Kilo Flaschen reichen. Und was auch noch maßgeblich und entscheidend ist bei so einem Versuch und deshalb sehr, sehr unterschiedlich ausfällt, ist, wie oft ich rein und raus gehe durch die Schiebetür. Weil natürlich die Schiebetür, wenn die aufgeht, geht sofort die ganze Wärme raus. Und selbst wenn ich sie gleich wieder zumache, verliere ich viel Wärme. Und da ich meinen Hund dabei gehabt habe, bin ich oft am Tag rein und raus. Und habe dadurch viel Wärme verloren. Und was auch entscheidend ist bei so einem Versuch, habe ich draußen minus 10 Grad, habe ich minus 20 Grad. Welche Temperatur nach innen do ich ausgleiche, sind es 10 Grad, 20 Grad, 30 Grad, je nachdem fällt so ein Versuch aus. Bei mir war es so in dem Versuch, dass meine beiden 11 Kilo Flaschen, wie gesagt, 20 Grad durchgehend Tag und Nacht, vier Tage, gute vier Tage gehalten haben. Und dann waren sie beide leer. Wenn ich jetzt mit meinem kleinen Summit unterwegs bin, wo ich die Gasheizung drin habe, da habe ich eine 11 und eine 5 Kilo Flasche drin. Da habe ich zum Beispiel letztes Jahr, da war ich an vielen Wochenenden unterwegs, auch lange Wochenende. Und ich war vor drei Wochen in Schweden. Und das ganze letzte Jahr habe ich von früher bis in der Herbst rein, obwohl ich öfters geheizt habe abends, habe ich meine 11 Kilo und meine 5 Kilo Flasche das ganze Jahr über drin gehabt. Ich musste nicht wechseln, kochen und heizen. Deshalb sage ich aus meiner eigenen Erfahrung, für die allermeisten Reisenden, die von Frühjahr bis Herbst unterwegs sind, ist die Gasheizung die beste, günstigste Lösung. Und was ich inzwischen auch habe, wenn ich unterwegs bin, egal ob ich mit meinem Van mit der Dieselheizung oder mit dem Summit mit meiner Gasheizung unterwegs bin, ich habe immer diesen kleinen Stromheizer zusätzlich unterwegs. Und wenn ich dann entsprechend auf einem Stellplatz stehe, wo ich Außenstrom habe, dann stecke ich den Heizer ein und lasse meine Dieselheizung bzw. meine Gasheizung komplett aus, weil der so leistungsstark und so gut ist, dass der mein ganzes Auto auch innerhalb kurzer Zeit warm macht. Ich verlinke dir unten den Ecomat 2000, so heißt der. Vielleicht bist du noch auf der Suche nach einem guten Elektroheizer. Der ist extra für Segelboote, Wohnmobile und Wohnwagen. Genau diese Kombi Strom und Gas bietet inzwischen seit einigen Jahren schon auch Pössl an. Da kannst du zusätzlich, wenn du ein neues Fahrzeug bestellst, eine Truma Kombi 6E zum Beispiel wählen. Und dann hast du die Möglichkeit, wenn du Außenstrom einsteckst, dein Fahrzeug über Strom zu heizen und dein Warmwasser auch über den Strom warm zu machen. Und das ist natürlich eine tolle Sache für die Leute, die sagen, ja, ich bin allermeistens im Sommer unterwegs, da ist eine Gasheizung das Beste. Und wenn ich dann mal im Winter unterwegs bin, dann nehme ich mir so einen kleinen Stromheizer mit oder ich bestelle von vornherein die Elektrovariante zu meiner Heizung dazu. Und dann kann man auch im Winter super auf einem Campingplatz stehen und mit Strom heizen. Man muss natürlich bedenken, dass Stromheizungen viel Strom brauchen und viele Campingplätze inzwischen hier Strom gesondert abrechnen. Und dann ist man da öfters draußen, um Geld nachzuschmeißen, dass man dann entsprechend heizen kann. Und das kann unter Umständen sehr, sehr teuer werden. Meine Erfahrung, als ich mit meinem Elektro-Wenster vor zwei Jahren vertreten, da war ich drei Monate unterwegs und habe unterwegs auf den Campingplätzen mein Elektroauto aufgeladen. Und ich habe da eine Liste mitgeschrieben. Ich war 88 Tage unterwegs. 80 Tage davon habe ich auf Campingplätze gestanden und mein Auto eingesteckt. Und nur zwei Plätze davon, wie gesagt, europaweit, musste ich der Strom extra bezahlen. Das war vor zwei Jahren, als ich durch Österreich, Slowenien, Kroatien bis runter nach Griechenland, durch Albanien, Bosnien, Herzegowina, dann bin ich rüber nach Italien, dann Spanien, Portugal. Da habe ich eine riesige Reise gemacht wie durch Europa. Und da haben die wenigsten Plätze davon der Strom gesondert abgerechnet. Allerdings merke ich und höre ich, dass es immer mehr Plätze gibt, vor allem in Deutschland, wo man der Strom inzwischen extra zahlen muss. Was ist der Nachteil von der Gasflasche? Ganz klar, der Gasflaschenwechsel. Das ist je nachdem, wo der Gaskasten verbaut ist. Im Kofferraum, manchmal kommt man gut dran, manchmal kommt man nicht so gut dran. Manchmal muss man extra die Fahrräder abladen, vielleicht den Kofferraum komplett ausräumen, dass man in die Gasflasche kommt. Bei manchen Modellen kommt man direkt hinter dran, da kommt man ganz gut dran. Aber man muss die immer losmachen. Die sind ja gesichert während der Fahrt. Man muss die abschrauben, wieder reinschrauben, reinhieven. Volle Gasflaschen sind recht schwer. Das ist ein klarer Nachteil bei der Gasheizung, dass man die Flasche wechseln muss. Wenn das nicht oft der Fall ist, dann ist es auch nicht so schlimm. Und dann kommt es natürlich dazu, je nachdem, in welchen Ländern ich unterwegs bin, habe ich unterschiedliche Gassysteme. Da gibt es dann Adapter, die kriegt man bei uns im Baumarkt oder im Campingzubehör. Ja, da kann man dann zum Beispiel auf eine norwegische Flasche einen Adapter drauf machen, zu meinem System und dann ist das alles gut. Aber was mache ich in der Zeit, wenn ich eine norwegische Flasche reinbaue bei mir? Was mache ich in der Zeit mit meiner deutschen Flasche? Kann ich die dort lassen oder stelle ich die dann den ganzen Urlaub über einfach in meinen Kofferraum rein? Was ist, wenn ich mit meiner norwegischen Flasche weiter nach Finnland rüberfahre, durch Schweden durch und dort wieder ein anderes Gassystem habe? Was mache ich dann mit meiner deutschen, nein, mit meiner norwegischen, nein, mit meiner finnischen? Ihr merkt, es kann kompliziert sein. Und so haben viele Spanien, Portugal, Frankreich, haben viele Länder unterschiedliche Gassysteme und das kann natürlich auch ein Problem werden bei meiner Reise. Allerdings auch nur, wenn ich im Winter unterwegs bin und viel heize. Weil, wie gesagt, im Sommer, ich war letztes Jahr den ganzen Sommer unterwegs, 11 und 5 Kilo haben bei weitem gereicht. Das Problem mit dem Wechsel habe ich nur, wenn ich auch viel heize unterwegs. Und auch da gibt es inzwischen gute Lösungen. Viele Händler bieten es an, Gastanks einzubauen. Dann fahre ich ganz normal an meine Tankstelle und es gibt inzwischen unglaublich viele Gastankstellen. Und da tanke ich ganz normal meine beiden Flaschen mit Gas. Gibt es überall in Europa. Und dann habe ich das Problem mit dem Wechsel nicht. Als ich jetzt vor kurzem mit meinem Feuerwehrauto in der Türkei und in Georgien war für drei Monate, da habe ich mich gewundert, dass es an allen, wirklich an allen Tankstellen in Georgien, in der Türkei, in Bulgarien, überall hat es Gas geben. Es ist überhaupt kein Problem, auch in den östlichen Ländern Gas an der Tankstelle zu kriegen. Also du siehst, Gas hat viele Vorteile, hat ein paar Nachteile. Vielleicht ist es die richtige Heizungsart für dich. Jetzt kommen wir zu der Dieselheizung. Bei allen Pössl-Modellen ist es inzwischen möglich, eine Dieselheizung optional zu der Gasheizung zu bestellen. Und im Verkauf merke ich, Dieselheizungen werden immer beliebter. Der klare Vorteil einer Dieselheizung, da ist sogar noch ein bisschen drin, der klare Vorteil einer Dieselheizung ist natürlich, Diesel habe ich in meinem Fahrzeug immer dabei. Vorausgesetzt natürlich, das ist auch ein Dieselfahrzeug. Mein Feuerwehrauto zum Beispiel ist ein Benziner. Wenn ich da eine Dieselheizung einbauen würde, bräuchte ich auch extra einen Dieseltank dazu. Aber zumindest bei den Pössl-Kastenwagen haben wir nur Dieselfahrzeuge und da wird für die Heizung der Tank angezapft und dann habe ich auch immer Diesel dabei. Die große Frage ist, wie viel Diesel braucht eine Dieselheizung? Und auch das ist ähnlich wie beim Gas ganz schwer zu beantworten. Das kommt wieder auf die Außentemperatur an, das kommt darauf an, wie oft ich meine Türe auf und zu mache, das kommt auf die Raumgröße drauf an, das kommt darauf an, ob mein Auto kalt ist und das erste Mal warm werden muss. Aus meiner eigenen Erfahrung und wieder aus der Erfahrung aus Kundengesprächen sage ich immer, eine Dieselheizung braucht beim normalen Reiseverhalten im Winter gut zwei Liter pro Nacht, um ein Auto schön warm zu halten. So ist es zumindest bei meinem kleinen Wehen. Ich höre öfters den Einwand bei Dieselheizungen, dass eine Dieselheizung stinkt und dass sie wartungsanfälliger ist. Das stimmt und das stimmt auch nicht. Die alten Dieselheizungen aus sehr alten Wohnmobilen, ja, die stinken und die russen. Die neuen Webasto-Standheizungen oder Ebersbecher oder egal von welcher Firma, diese neuen Dieselheizungen, die stinken nicht mehr so wie früher. Allerdings gibt es da eine Ausnahme, weil eine Dieselheizung funktioniert immer dann am besten, wenn sie oft läuft. Das ist wie mit einem Dieselmotor. Ein Dieselmotor, der will ausgepowert werden. Ein Dieselmotor, der will fahren. Ein Dieselmotor, der will ab und zu Vollgas. Ein Dieselmotor, der will am liebsten lange Strecken. Und so ist mit einer Dieselheizung auch. Wenn eine Dieselheizung im Winter mal ein Wochenende läuft und dann ein ganzes Jahr nicht und dann im nächsten Winter wieder meine Dieselheizung ein Jahr später einschaltet, dann, ja, dann ruht sie und dann raucht sie und dann hustet sie, einfach weil sie nicht ausgepowert ist. Und wenn eine Dieselheizung wenig benutzt wird, dann ist sie auch wartungsanfällig. Von daher sage ich immer, wenn ihr eine Dieselheizung habt, lasst sie öfters mal laufen. Lasst sie auch im Sommer mal abends, wenn es nicht ganz so kalt ist, aber trotzdem, lasst sie trotzdem mal laufen. Und im Winter sowieso und lieber eine Stunde länger wie kürzer. Und dann habt ihr mit eurer Dieselheizung viel Freude und müsst sie nicht warten lassen. Für wen eignet sich, für welches Reiseverhalten eignet sich eine Dieselheizung am besten? Jedenfalls für Leute, die viel im Winter unterwegs sind. Weil da kann ich tagelang, wochenlang durchheizen. Ich muss nur gucken, dass mein Dieseltank voll ist. Ich habe auch letztes Jahr mal ausgerechnet eine Dieselheizung, wie viel Geld die im Verbrauch kostet und wie viel eine Gasheizung im Vergleich dazu im Verbrauch kostet. Und da war es ziemlich, ziemlich ausgeglichen. Also da kann man ganz schwer sagen, natürlich ist es abhängig von den Spritpreisen. Gaspreise sind ein bisschen stabiler. Die Spritpreise variieren stärker, auch von Land zu Land. Aber so in Deutschland ist der Verbrauch von der Gas- und Dieselheizung vom Preis her in etwa dasselbe. Was man natürlich bei einer Dieselheizung noch sagen muss, eine Dieselheizung verbraucht auch recht viel Strom. Wesentlich mehr wie eine Gasheizung. Eine Gasheizung braucht Strom, um die warme Luft zu verteilen, dass die Lüftung funktioniert. Eine Dieselheizung braucht Strom zum Vorwärmen, für die Pumpe, für die Lüftung. Das heißt, wer viel heizt, braucht nicht nur Diesel, sondern auch entsprechend viel Strom. Und dann muss man gucken, wenn ich eine Dieselheizung habe und viel heizen möchte, dass ich auch entsprechende Batteriekapazitäten habe. Viele mit einer Dieselheizung bauen sich eine Lithium-Batterie rein, die dann entsprechend mehr Leistung hat. Und auch wie bei der Gasheizung gibt es auch bei der Dieselheizung die Kombination Dieselheizung plus Elektro. Kann ich bei allen Pössl-Modellen mitbestellen und dann kann ich wieder Diesel sparen und komplett mein Warmwasser und meine Heizung über den Strom laufen lassen, wenn ich den Außenstrom einstecke. Die meisten Leute, die vor viele Monate verreisen, die weiter wegfahren nach Asien rein, ich habe viele Leute drauf, die in der Iran fahren, die nach Russland gefahren sind, die nach Afrika über Marokko runter gefahren sind, die meisten, die mit dem Wohnmobil solche Reisen machen, haben eine Dieselheizung verbaut. Wobei, ich habe gerade Iran gesagt, im Iran zum Beispiel, ist es wiederum schwierig, sauberer Diesel zu kriegen. Da muss man natürlich aufpassen, wenn man in solchen Ländern unterwegs ist, wo es keinen sauberer Diesel gibt, weil die Dieselheizungen nur mit sauberem Diesel funktionieren. Wenn ich mit meinem Van, mit meinem Campstar unterwegs bin, wo ich meine Dieselheizung drin habe, dann bin ich da immer auch sehr, sehr begeistert, wie schnell sich der kleine Van aufheizt. Ich schalte es ein und halte meine Hand ein paar Sekunden später unten hin an der Auslass und merke, hoppla, da kommt schon warme Luft. Es geht ruckzuck und dadurch, dass das Auto auch nicht ganz so groß ist, ist das ganze Auto recht schnell warm. Und ich muss immer, bevor ich ins Bett gehe, die Heizung ziemlich weit runter drehe, weil sonst wird es zu warm. Auch im Winter, wenn es draußen eisig kalt ist, trotzdem wird es schnell arg warm mit so einer Dieselheizung. Und hier, hier habe ich jetzt zwei Elektroheizungen stehen. Diese Elektroheizung, dieser Ecomat, wie gesagt, unten ist er verlinkt, falls du Interesse daran hast. Den habe ich schon viele Jahre und nehme den inzwischen, egal mit welchem Auto ich unterwegs bin, nehme ich zusätzlich mit zum Heizen, wenn ich am Außenstrom stehe. Und diesen Heizstrahler hier, den habe ich mir auf meiner Reise in der Türkei gekauft. Warum? Weil ich gemerkt habe, dass dieses Heizgerät doch relativ viel Strom braucht. Ich sage gleich, wie viel. Ich habe in meinem Feuerwehrauto, mit dem ich unterwegs war, keine Gasheizung drin und keine Dieselheizung. Ich habe meine drei Monate, Oktober, November, Dezember, nur mit Strom geheizt. Und ja, es war im Winter. Und in Georgien und in der Türkei, da war ich in den Bergen weit über 2000, manchmal bei knapp 3000 Meter Höhe, habe ich gestanden, im Schnee, im Eis, im Dauerfrost. Es war tagelang eisig, eisig kalt. Und da musste ich recht gut schauen, wie ich mit meinem Strom, den ich an Bord habe, in meinem Feuerwehrauto zurechtkomme, dass ich abends und nachts heizen konnte. Weil in Georgien und in der Türkei gibt es wenig bis gar keine Stellplätze und dementsprechend auch kein Außenstrom. Und ich habe mir den Heizstrahler hier unterwegs gekauft, weil der minimal 300 Watt, maximal 600 Watt verbraucht. Und was an dem sehr cool ist, dass er eine Wahnsinnswärme macht, eine Strahlungswärme. Und wenn ich abends da gehockt habe, habe ich den auf der Bode vor mir gestellt. Und da habe ich es immer kuschelig warm, zumindest in meiner Nähe gehabt. Und es hat völlig ausgereicht, wenn ich den auf 300 Watt gestellt habe. Und in kalten Nächten habe ich komplett mit den 300 Watt durchgeheizt. Was man natürlich sagen muss, so ein Heizstrahler hat nicht die Sicherheit wie so ein Keramikheizer. Die sind gefährlich. Die können durchbrennen, wenn da irgendwas runterfällt, eine Jacke drüberfällt. Ich habe den Hund dabei gehabt, meinen Niki. Ich muss den immer so hinstellen, dass die Niki nicht drankommt, weil da wird es verdammt heiß. Diese Heizstrahler sind nicht für Wohnmobile gemacht. Im Gegensatz zum Ecomat, der ist ein Keramikheizer, der kann nicht durchbrennen. Den kann ich tagelang, auch wochenlang heizen lassen. Kann die Temperatur einstellen. Der geht aus, der geht an und hält die Raumtemperatur, die ich einstelle. Hat verschiedene Stufen. Eis und Laut kann ich schalten. Ich kann den betreiben auf minimal 450 Watt. Auch da hat er schon eine gute Leistung. Ich kann den betreiben auf 750 Watt oder auf volle Pulle 2000 Watt. Nur wenn ich unterwegs bin und autark stehe, wie jetzt in meinem Feuerwehrauto, und den volle Pulle laufen lasse auf 2000 Watt, da habe ich nicht lange Spaß dran, weil meine Batterien ganz schnell leer sind. Ich habe die drei Monate, als ich unterwegs war, viel getestet. Wie gesagt, ich habe viele, viele, ich glaube sogar die Mehrzahl meiner Nächte waren Frostnächte, viele eiskalte Nächte erlebt und ich habe mal so probiert, mal so probiert. Am Ende habe ich es immer so gemacht, dass ich mit diesem Heizstrahler geschafft habe und abends, wenn ich in meinem Wohnmobil gehockt habe, dann habe ich den vor mich gestellt und wenn ich ins Bett bin, da habe ich, wenn es bitter kalt war, den durchlaufen lassen, viele Stunden, aber den habe ich selten durchlaufen lassen. Ich habe hier auch Strom, mir eine Heizdecke besorgt und davon bin ich extrem begeistert, weil eine Heizdecke, die hier zum Beispiel, die hat auf maximaler Stufe verbraucht die nur 60 Watt und die maximale Stufe ist schon zu warm, um drin zu schlafen, meistens entweder ganz ausschalten, wenn das Bett warm ist oder auf der Stufe 1 oder wenn es mal bitter kalt ist auf Stufe 2, aber das Schöne an der Heizdecke ist, man hat die Wärme immer da nachts, wo man sie braucht, nämlich direkt am Körper und so war es meistens unterwegs abends mein Heizstrahler, nachts meine Heizdecke und morgens zum Frühstück nochmal mein Heizstrahler. Und wenn ich an Außenstrom gestanden habe, dann habe ich mein Ecomat benutzt oder wenn ich mal mein Auto ganz schnell auf Temperatur bringen wollte, dann habe ich meinen Heizstrahler und mein Ecomat angeschaltet. So eine Heizdecke, die ist gar nicht so teuer, die kostet ungefähr 20, 30 Euro, die gibt es in groß, die gibt es in klein, gibt es auch natürlich welche, die noch mehr Strom verbrauchen aber wie gesagt 60 Watt, das ist schon richtig, richtig gut. Und weil ich selten am Außenstrom war und jede Nacht oder fast jede Nacht geheizt habe, habe ich entsprechend auch Batterien in meinem Auto verbaut gehabt. Ich habe zwei EcoFlows dabei gehabt. EcoFlows sind solche Power Station, gibt es ganz unterschiedliche Marke. Eine sehr gute Marke davon ist die EcoFlow, ich würde das auch unten verlinken. Da habe ich die große Pro und habe noch eine ältere EcoFlow, die habe ich beide mitgenommen. Da konnte ich zum Beispiel mit meiner großen EcoFlow, konnte ich die ganze Nacht meinen Heizstrahler auf 300 Watt durchlaufen lassen. Die Power Stations, die haben alle einen Wechselrichter und Lithium Batterie in sich verbaut und sind mobil. Zusätzlich hatte ich in meinem Feuerwehrauto noch zwei Lithium Batterie verbaut, zwei 300er Lithium Batterie, ich habe 600 Amperestunde Lithium Batterie dabei gehabt, plus meine zwei Power Stations. Von daher konnte ich auch mal, wenn ich tagsüber nicht laden konnte, zwei Nächte gut heizen. Meine Batterie unterwegs, die habe ich aufgeladen, zum einen beim Fahren über die Lichtmaschine oder ich habe sie dann ab und zu mal aufgeladen an Außenstrom. Ich erinnere mich einmal, da war ich unterwegs und bin aus der Stadt rausgefahren und habe gedacht, oh, heute Abend meine Batterie sind noch nicht ganz voll, was mache ich? Und dann bin ich da in so einer Waschhalle stehen geblieben und habe den Besitzer gefragt, ob ich ein bisschen mein Auto einstecken darf und der hat gesagt, klar, kein Problem, dann habe ich da noch zwei, drei Stunden gewartet und habe meine Batterie aufgeladen und bin dann mit der volle Batterie weiter in die Nacht reingefahren. Und ich habe meine Akkus aufgeladen, meine Lithium-Batterie über meine Solartaschen, die ich dabei hatte. Ich hatte 400, nein, noch mehr, 520 Watt Solartaschen dabei, die ich draußen aufbauen konnte und das hat auch gereicht, wenn das Wetter einigermaßen sonnig war, dass ich meine zwei Powerstations komplett voll mache über meine Solartasche. Und es war oft so, dass ich tagsüber, wenn ich irgendwo gestanden habe, über meine Solartasche quasi meinen Strom zum Heizen in der Nacht über die Sonne reingeholt habe. Das hat besser funktioniert, wie ich es am Anfang gedacht habe. Ansonsten muss man natürlich sagen zu Elektroheizungen, die sind aufgrund von dem großen Verbrauch von Strom nicht wirklich geeignet, um autark zu stehen. Elektroheizungen sind gut geeignet für Autos, wenn man Außenstrom hat. Weil, wenn man sich Batterien besorgt für das Auto, um nachts durchzuheizen, da braucht man so große Kapazität dafür, dass man viele, viele, viele tausend Euro für diese Powerstations oder für die Lithiumbatterien ausgibt und da ist dann schon die Frage, lohnt sich das im Verhältnis? Von daher sage ich, wenn Elektro, dann als Zuheizer. Zum Alleinheizen ist es nicht unbedingt günstig. Was auch noch interessant war, als ich mit meinem Elektro-Wenster drei Monate unterwegs war, quer durch Europa, da habe ich auch diesen kleinen Heizer dabei gehabt und habe auch mein Powerstation dabei gehabt und da habe ich geguckt, wie viel verbraucht, das kann man schön ablesen auf der EcoFlow, wenn man da was einsteckt, wie viel verbraucht mein Elektroheizer und wie viel verbraucht mein Elektroauto, wenn ich das Elektroauto über mein Powerstation auflade. Auch das hat funktioniert. Zwar habe ich am Ende, wenn die Powerstation leergesaugt war, nur 5 bis 10 Kilometer Reichweite draufkriegt auf mein Auto, aber immerhin so ein bisschen wie Ersatzkanister hat es funktioniert. Und das Interessante da dabei war, dass der Ecomat, dieser Heizer hier, 2000 Watt schluckt auf voller Leistung und aus meiner Steckdose zieht und wenn ich mein Elektroauto einstecke, zieht das nur 1750 Watt. Weil ich oft von Kunden höre, wenn die Elektromobilität noch mehr kommt und die Elektroautos auf Campingplätze fahren und dort ihre Autos aufladen, die brauchen ja wahnsinnig viel Strom. Ne, ne, hier, da bricht das Sicherungsnetz zusammen. Ein Elektroauto, das Auflade selber, braucht gar nicht so viel Strom wie so eine Heizung, wenn die Heizung auf volle Pulle läuft. Ich weiß auch, dass es viele große Wohnmobile gibt, wo diese Heizungen verbaut sind und die laufen alle auf 2000 Watt oder sogar noch mehr, wenn die außer Strom eingesteckt haben. Verbrauchen also für ihre Mikrowelle, wo sie drin verbaut haben oder für ihre Heizungen oder für ihre Tiefkühltruhe oder andere Generatoren verbrauchen die wesentlich mehr Strom, wie wenn jemand sein Elektroauto auflädt. Klar, da muss man auch nochmal unterscheiden, Elektroauto aufladen, Schnellladung mit Starkstrom oder dann eben mit den 230 Volt. Ich meine natürlich Auflade über 230 Volt, wo es dann auch mal geschwind 25 Stunden dauert, bis so ein Auto wieder voll ist. So, jetzt habe ich alles wieder hier aufgebaut. Meine Stromheizung, meine Dieselheizung, meine Gasheizung, meine Heizdecke. Was ist dann jetzt die beste Lösung? Ich hoffe, du hast rausgehört. die beste Lösung, die gibt es nicht, sondern die beste Lösung gibt es entsprechend deinem Reiseverhalten. Wenn ich jetzt wieder mit meinem Feuerwehrauto unterwegs bin, ich werde da nicht zusätzlich eine Dieselheizung verbauen, ich werde auch kein Gas mitnehmen zum Heizen, ich werde es wieder mit Strom machen. Ich habe mich da inzwischen so gut zurechtgefunden, mit meinen großen Akkus drin, dass ich da im Winter locker autark zurechtkomme. Im Kastenwagen, da ist für den einen die Gasheizung die beste Lösung oder die Dieselheizung oder das Ganze kombiniert mit Elektro. Mein Favorit, wenn ich mir jetzt ein neuer Pössl kaufen würde, bestellen würde, ich würde diese Kombination hier wählen. Einmal Dieselheizung, weil ich da damit recht autark unterwegs bin und ich bin jemand, der selten auf Campingplätzen steht. Ich bin jemand, der gern in Länder fährt, wo die Infrastruktur vom Gas nicht so gegeben ist und da bin ich mit der Dieselheizung am besten unterwegs und das kombiniert mit dem Strom ist natürlich genial, weil ich im Winter auch oft unterwegs bin. Ich gehe auch Skitouren machen im Winter und da, da stehe ich aller, aller meistens vielleicht mal eine Nacht auch autark, aber allermeistens in Österreich, in der Schweiz stehe ich allermeistens auf Campingplätzen im Winter. Warum? Weil es nicht gerne gesehen ist und inzwischen auch viele, es viele, viele Verbotsschilder gibt an Liftstationen, auf Parkplätzen, in Skigebieten, dass man da nicht wild campen darf. Die Leute, die Skigebiete, die Gemeinden, die wollen natürlich, dass die Camper auf die Campingplätze fahren und da halte ich mich dran, da stehe ich auch gern, weil die Infrastruktur dort recht gut ist auf die Campingplätze und da habe ich dann auch immer meinen Strom und kann komplett im Winter, wenn ich dann Skifahrer bin, mit Strom heizen. Und was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, egal ob Gasheizung, ob Dieselheizung, ob Strom, das ist das hier, das ist eine Heizdecke, denn die bringt die Wärme dahin, wo du sie brauchst nachts, direkt ins Bett rein. Die ist nicht teuer, ich habe die auch da unten einen Link dazu, wo ich meine besorgt habe, vielleicht passt die für dich auch gut und schau da mal nach und überlegst dir, ob auch eine Heizdecke für dich im Wohnmobil in Frage kommt. Und wenn es dann nicht ganz so bitterkalt ist nachts und wenn du keine Heizdecke dabei hast, dann habe ich noch einen Tipp für dich, nämlich der Tipp von einer natürlichen Wärme, das ist ein Schaffell. Auch da habe ich dir von einem Bio-Schäfer unter der Link, wo man gute Schaffälle herkriegt. Ein Schaffell habe ich auch immer dabei, auf meinem Fahrersitz drauf, habe ich hinter auf meiner Bank drauf, hier im Feuerwehrauto, habe ich glaube vier oder fünf Schaffälle dabei und wenn es nicht ganz so bitterkalt ist, auch nachts im Bett drin. So, und jetzt glaube ich, dass du eine Ahnung davon hast, welches für dich die beste Heizung für dein Wohnmobil ist. Hinterlass mir gerne einen Kommentar über deine Erfahrungen, über deine Pro und Kontras zu der Gasheizung, Stromheizung, Dieselheizung. Ich bin sehr gespannt und wenn du Interesse hast an einem Pössl, dann kannst du dich auch gern bei mir melden. Du merkst, ich habe viel Erfahrung, ich kenne mich gut aus, nicht nur mit Heizungen. Melde dich gern bei mir, dann machen wir was miteinander aus und dann gucken wir, dass wir den richtigen Pössl mit der richtigen Heizung für dich finden. Schön, dass du mit dabei warst. Alles Liebe, alles Gute, dein Mettis.